Als nächstes habe ich aus diesen Sampled Instruments, also aus diesen Sample Libraries, mal ein paar Instrumente ausgesucht, die vielleicht eher in einem moderneren Zusammenhang, vielleicht in einem Band-Arrangement an Einsatz finden. Und hier habe ich jetzt eben einen Flügel, einen E-Piano, einen E-Bass und die Session-Horns mit ausgewählt. Wir werden uns an einem anderen Beispiel auch nochmal diese Klaviere anschauen. Die sind alle ähnlich aufgebaut von der Oberfläche. Wir haben hier eben eine Tonkontrolle, also mit einem EQ, mit einem Kompressor. Dann haben wir die Möglichkeit, die Anatomie des Instrumentes näher zu bestimmen. Also das heißt, wie laut sollen Hammergeräusche zu hören sein oder das Pedal, wenn ich das drücke. Also man konnte jetzt ganz leise hören, ich habe jetzt mal dieses Systempedal gedrückt, dass da so ein Geräusch mit eingeblendet wird. Solche Geschichten und dann natürlich auch wieder die Rauminformation hier. Das heißt, hier habe ich auch die Möglichkeit, wieder einen Faltungshall oder eben grundsätzlich mal einen Hall auf den gesämpelten Flügel dann zu legen. Das nächste Instrument ist eben ein E-Piano. Und hier der Bass. Die Oberfläche sieht auch wieder sehr aufgeräumt aus. Ich möchte aber auch hier mal zeigen, wie diese Oberflächen mittlerweile bei diesen Sample Libraries gestaltet sind. Es ist also nicht mehr eine, ja wie soll ich sagen, trockene, spröde Angelegenheit. Wir haben hier einen Sampler und da müssen wir eben die einzelnen Samples dann beeinflussen. Sondern wir haben hier in irgendeiner Form ein Griffbrett, das mir anzeigt, auf welcher Seite jetzt gerade der Ton gespielt wird, in welcher Lage. Das kann ich natürlich dann auch noch beeinflussen, wenn ich das eben dann möchte. Dann habe ich hier verschiedene Elemente, die werden immer so mit so einem Kasten gekennzeichnet. Ich könnte mal auf diesen Bass klicken und dann sehe ich eben Bedienelemente zunächst mal für zum Beispiel die Tonabnehme von dem Bass. Genauso geht es weiter hier mit dem Verstärker. Ich kann also den Verstärker anders einstellen. Ich kann andere Lautsprecher dafür auswählen. Ich habe hier, wenn ich auf das Tonband eben klicke, einen Bandsättigungseffekt. Darunter dann einen Kompressor, den ich mit einsetzen kann und einen EQ. Und das alles schon unter dieser Oberfläche dann untergebracht. Weitere Möglichkeiten finde ich dann eben unter den Einstellungen. Hier kann ich sehr fein auch einstellen, wie ich den Sound, wie ich meine Spielweisen beeinflussen möchte. Und mit einem Klick auf das Fragezeichen komme ich auf die ganzen Keyswitches. Das ist dann vielleicht wichtig, wenn ich eben nicht so oft mit diesem Bass arbeite, dass ich mir immer wieder in Erinnerung rufen kann. Okay, mit welchem Keyswitch, also mit welcher Steuertaste löse ich denn zum Beispiel den Befehl aus, ich möchte jetzt nur auf der D-Seite spielen. Dann habe ich hier das D0. Hier drunter steht Use D-String. Also das heißt, benutze bitte nur die D-Seite. Wenn ich eben die entsprechende Taste D0 dann drücke, werden alle Samples auch nur von dieser Seite dann genommen. Das mal so bloß als Überblick über den Bass. Und als letztes Instrument in diesem Bereich habe ich mal diese Session Horns ausgewählt. Das ist eine sehr weitreichende Oberfläche, die wir hier haben bei den Session Horns. Hier können wir zunächst mal Presets auswählen, die eben unsere Horn-Section dann bestimmen. Also welche Saxophone, welche Blechblaseninstrumente sollen da zusammenspielen. Wir sehen aber auch hier, wir haben hier vier Slots auf der Oberfläche. Wenn ich auf einen Slot draufklicke, könnte ich dann eben auch ein entsprechend anderes Instrument dann auswählen. Und hier unten wieder verschiedene Seiten, die dann den Sound betreffen, also wirklich Mischfunktionalität haben und die Kontrolle grundsätzlich über mein Instrument, also über diese Sample Library dann bieten. Mit dieser Sample Library Session Horns Pro kann ich natürlich wunderbar ganze Bläsersätze dann arrangieren. Ich möchte hier jetzt nur mal eine Möglichkeit zeigen, wie ich auch sehr einfach dann damit arbeiten kann. Und zwar wir haben hier eine Smart Chord-Funktion. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, einfach mit einer Taste einen Akkord auszulösen und den dann über diesen Animator ganze Phrasen abspielen zu lassen. Ich möchte das mal zeigen. Also ich habe jetzt jeweils immer nur eine Note ausgelöst und Session Horns Pro hat mir daraus einen kompletten Hornsatz gemacht. Ich habe hier eben sehr viele mitgelieferte Phrasen schon aus den unterschiedlichsten Stilen, die ich dann auswählen kann. Und damit kann ich ja auch mal zum Einstieg dann anfangen. Gerade wenn ich eben noch nicht so oft Bläsersätze geschrieben habe selber, habe ich hier auch die Möglichkeit, mir da Anregungen zu holen. Anregungen